Geht direkt weiter! Ich habe nur den kalten Cheeseburger von heute Mittag gespachtelt. Magmaberg! Ja! Ja! egal ich will einfach nur alles mitnehmen die zeit jetzt relativ schief Tot. Das haben sie ein bisschen blöd bedacht. Tatsächlich. Finde ich. Wenn du einmal irgendwo runterfällst, wo du halt nicht mehr kannst, dann ist der Neustart vorprogrammiert. Das ist der Neustart. Die Frage ist jetzt nur... So, das kriegen wir aber auch hin. Da fällt ja jetzt bestimmt irgendwas raus. Kann ich wenigstens die drei holen. So, die Designs hier sind an sich ganz schick, aber... Ich finde, wenn man alles eingesammelt hat, sollte man so einen gewissen Zeitabzug bekommen. Weil sich der Spieler natürlich die Mühe gemacht hat, den Kram zu finden. Und nicht einfach nur Goldmünzen durchrushen, fertig. So, es gibt neue Sachen, aber ich mache hier gerade... Machen wir ziemlich durch. Im Innern des Vulkans. Ich habe heute wirklich einen seltsamen Tag. Warum? Die Piraten sind gekommen und haben nämlich vermissenlos seit Brücke zerstört, die in den Vulkan führt. Aber nach einer Weile hat er sich selbst repariert. Oder vielleicht habe ich mir das alles nur eingebildet. Ich werde alt. Egal, was führt dich her? Wir sind gekommen, den Vulkan zu betreten. Bis bald. Äh, okay, okay. Dann viel Spaß. Moment, was? Ich sage einfach nichts, ne? Sieht an sich gar nicht schlecht aus. Jetzt macht das auch viel mehr Sinn mit den Wellen. So, ich bin da jetzt ein bisschen. Da ist die Karte. Auf der rechten Seite ist wahrscheinlich... irgendwas zu finden. Die Lava steigt ja! Alter Schwede! Oh, das ist gemein. Und da muss man noch diese Blubberblasen, diese Perlen finden. Sag ich dazu nur. Ich sage dazu nur... Einfach. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird nie jemand sehen. Okay. So, wir sind zurück. Ihr seid zurück. Klar. Oh, es geht super. Tja, da bin ich froh. Möchtest du einen Tee? Ich habe gerade keine Zeit. Aber du solltest Saimi fragen. Sie hat sicher Lust drauf. Das ist eine gute Idee, welchen Tee sie wohl mögen würde. Das ist aber okay. Aber richtig gemein. Und da Zeitdruck auch noch den Kram zu... zu finden. So. Wir haben eigentlich alles jetzt abgegrast, ne? So, wollen wir mal gucken, ob hier irgendwo was Neues ist. Alter Schwede. Piraten Rennen 60. Wird da so verkacken. Obwohl, wenn man nicht suchen muss, ne? Aber die werden schon echt hart. Hier ist es. Oh yeah! So, das war gerade so noch gemacht. Aber es war fair tatsächlich. Ich hätte gedacht... Ja, ja, genau. Kriege ich ein neues Getriebestück? Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Ich habe sechs. So, ein Sädi-Rucksack. So, die Insel kann ich auch bald fertig machen. So, was haben wir denn hier? Das ist das traditionelle Chor-T-Shirt. Oh nein. Oh nein. Karte zeigt den Standort der Station. Was hat er dort verunreinigt? Sollte ich es ja nicht hingehen? Wir waren schon längst dort. Wir sind auch vorsichtig. Das sagst du immer und ich will dir glauben, aber ich kann nichts anders. Ich mache mir einfach Sorgen. Nur weil du mich so lieb hast. Das stimmt. Und du hast mich ganz doll. Oh, noch mehr. So, noch eine kleinere Karte. Wunderbar. Super. Weiter geht's. So, wo waren wir denn? So, wo waren wir denn? Unten, ne? Wird mir auf jeden Fall nicht anders da angezeigt. Ich meine aber, hier oben wurde noch was freigeschaltet. Kann mich auch täuschen. Aber es tut ja auch nicht weh. Ne, hier war die ruhige Insel. Hier war der Roboter. Ne, hier war wir hier schon. Hier waren wir auch schon. Da auch. Erlassene Station. Oh. 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 Ja, da ist aber jetzt einiges los, tatsächlich. Au. Ja, da ist es einiges los, tatsächlich. Aber was bringt mir der Müll? Ja, da ist es einiges los. Ja, da ist es einiges los. So, ich mache erstmal den ganzen Rest tatsächlich, bevor ich jetzt hier anfange. Das ist jeder Getriebe. Das habe ich schon. Einzelner Krater. Was gibt es denn da? Ah, ein Getriebe. Das ist super. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh, man ey. Ich bin bereit. 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 Und der Wasserschatz. Oh, das nimmt man mit. Gibt doch bestimmt wieder irgendwas wie die Dingsbums. Oha. Was das nicht gezählt hat. Au. Oh, super. Lalalalalalalalalala. Da hilft das auch nichts mehr. So, aber alles abgegrast, ne? Finde alle versunkenen Schätze. Oho. Oh, ist doch die Chefin, ne? Die Regatta, die... Cousine oder die Nichte, ne? Von dem... Alt, kleines Schiffsmädchen. Hier ist es nicht sicher. Soll das nicht die nächste Prüfung für das Rennen sein? Ja, aber... Dieser Herr Echo, er wollte mir partout nicht zuhören. Vielleicht, wenn ich dafür bezahlt hätte. Garantiert. Goa, dieses Gebiet ist gefährlich. Die Schiffstation ist noch aktiv und das sollte eigentlich gar nicht möglich sein. Wir sollten etwas unternehmen. Das ist sehr riskant. Ich habe versucht, mich mit einer meiner Drohnen reinzuschleichen, um die Energieversorgung zum Kern abzuschalten. Aber ich habe nicht nur die Kontrolle über die Drohne verloren, sondern da drin auch die Karte verloren, die ich für dich hatte. Tut mir leid, wirklich. Das muss dir nicht leid tun. Du bist nicht der erste Pirat, der eine Karte an einem schwer erreichbaren Ort zurücklässt. Ach nein? Na gut, hilfst du mir, das Ding abzuschalten? Natürlich. Vielen Dank, kleines Schiff, Möchchen. Auf euch ist immer Verlass. Mal sehen. Die Tür ist da oben. Da kommen wir nicht hin. Ich glaube, wenn wir den Bohrer zerstören, können wir die Station absenken. Und dass wir die Tür erreichen. Aber das ist hier alles unter Wasser. Kein Problem. Wir tauchen und zerstören ihn. Aber wie wollt ihr das anstellen? Na, Popo und ich haben eine Spezialfähigkeit. Die Tür ist da oben. Die Tür ist da oben. Die Tür ist da oben. Aber ich war doch weg. Die Tür ist da oben. So, da kommen wir gut vorbei. So, da kommen wir gut vorbei. Ich lasse mich da einfach von der Musik ablenken, tatsächlich. Besser als ich sollte. So, der sollte jetzt hinüber sein. Ich will aber noch die anderen Sachen eigentlich finden. So, dann machen wir das. Aber ich will es nochmal machen. Auf der anderen Seite passt das eigentlich. Ich habe den Bohrer zerstört. Wirklich beeindruckend. Vielen Dank. Während ihr da drin wart, konnte ich einen Teil des Systems hacken. Von meiner Yacht aus kann ich auf ein paar Mechanismen zugreifen und ein paar Tore öffnen. Aber ich fürchte, du musst den Großteil der Arbeit erledigen. Kein Problem. Sei bitte sehr vorsichtig. Die Sicherheitskräfte der Elite sind die stärksten in der Galaxie. Das sollten doch keine mehr sein. Yo. Ich verstehe. Ich habe das Gefühl, dass ich da einfach zurück muss. So, hier lang. Ich habe das Gefühl, dass ich da einfach zurückkehren kann. Ich habe das Gefühl, dass ich da einfach zurückkehren kann. Das war aber auch die Geschwindigkeit verliert, ne? Das war ganz schön laut. So, dann muss ich mal gucken, wo das nächste hinkommt. Wahrscheinlich auch nach links. Ah, das bleibt jetzt alles bis zu einem gewissen Grad stehen. Ich verstehe ja. Super. So, das haben wir gemacht. Wunderbar. Warum haben wir so wenig gefunden? Bin ich jetzt tatsächlich ein wenig verwirrt? Station der Elitz. Fließbandlabe. Oh mein Gott. Übertreibt es doch gleich mit eurem Fließband. Das ist doch gleich mit. Mauli, ma mauli. Trauen wir doch bestimmt zu irgendwas. Oh Mann, da muss ich gar nicht lang, oder? Oh, nee, ey. Ganz schön laut. Ist mir tatsächlich ein wenig zu laut, das mit dem Brummen gerade. Na komm, auf. Ist das ein Soundbug? Das kommt mir tatsächlich jetzt gerade wie so ein Soundbug vor. Alter. Es wird einfach lauter. Die Frage ist jetzt, wo würde ich das Zweite herkriegen? Obwohl, ich hab eigentlich alles. Das bedeutet, ich hab mal wieder das Erste verkackt. Kannst du mal sehen, die verstecken das ein bisschen too much. Ah, diese Schal. Ja, komm. Das interessiert mich ja jetzt nicht. Vielleicht, wenn das der ein oder andere will, kann er das mal in einem YouTube-Kommentar mal einballern. Rest machen wir beim nächsten Mal. Tödelö. Tödelö.